Elle, Elle, Elle-Mann Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hit-Beraden-Show Mit dem Elle, unserem Elle Heute gibt es wieder Schlager, Campuri, Oldies und noch mehr Mit dem Elle, unserem Elle Ich fahre jeden Tag nach Mendocino An jeder Tür klopfe ich an Doch keiner kennt mein Girl in Mendocino Mendocino, Mendocino Ich fahre jeden Tag nach Mendocino An jeder Tür klopfe ich an Doch keiner kennt mein Girl in Mendocino Oba, 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 Oba Schön im Wald hast du heut für mich Zeit Oh, ja, ho, ja, ho Sag bitte ja, dann will ich nur dich ab Oh, bitte, oh, ja, ho, ja, ho Schön im Wald glaub mir, so jung wie heut Oh, ja, ho, ja, ho Kommen wir nicht mehr zusammen Vielleicht ist es schon morgen viel zu spät Oh, ja, ho, ja, ho Ich bin hier Prost Nein, ich bin hier Nein, ich bin hier Tolle Eröffnung, ein Geburt Und ich habe immer genüssen Sehr übersehend, ja, sehr übersehend Dankeschön U, Lampaloma Blanca Du machst uns glücklich und frei U, Lampaloma Blanca Traumboot der Liebe für zwei Rings um uns her Nur Himmel und Meer Er hat einen Knall Rotes Gummiboot Mit diesem Gummiboot fallen wir hinaus Er hat einen Knall Rotes Gummiboot Und erst im Abendrot kommen wir noch Haus Wir haben kein Segel und keinen Motor Und keine Kombüse, oh nein Wir schaukeln mit Liebe und sehr viel Humor Ins große Glück hinein Ein Bett im Kornfeld Das ist immer frei, denn es ist Sommer Und was ist schon dabei, die Grillen singen Und es duftet nach Heu, wenn wir träumen Ein Bett im Kornfeld Zwischen Blumen und Stroh und die Sterne Holen wir uns sowieso Ein Bett im Kornfeld Mach ich mir irgendwo ganz allein Mikaela Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich Mikaela Und mit dir ganz allein will ich nur wirklich sein Mikaela Jeder Tag ist so schön, wenn wir zwei uns verstehen Mikaela Du bist mein Sonnenschein Lass mich nie mehr allein Mikaela Adio Adio Mexico Ich grüß mit meinem Sombrero Die Kerne Ich habe nichts zu lieb Wasser Wasser Oli Herzlich Willkommen meine Damen und Herren Ein neues Jahr, ein neuer Start Mit Ellermanns Spezialsendung Ellermanns Hitparade und Ellermanns Hafenbar Wir sind hier bei Medimax in Hamburg-Stellingen Da waren wir im letzten Sommer natürlich auch Mit unseren Aufnahmen Es strahlt die Sonne jetzt hier Ich muss schon fast meine Augen ein bisschen kneifen Aber wir möchten Sie einladen zu einer schönen musikalischen Sendung mit der Gumbi Dance Band Mit vielen Stars wie Fräulein Menke, aber auch Uli Martin Und wir haben eine Aktion dazu, denn nächste Woche sehen Sie diese Stars ja alle schon wieder Genauer gesagt im TV-Studio 1 in Hamburg-Tonndorf Dort können Sie heute noch Karten kaufen, statt 42 Euro für nur 20 Euro unter Hamburg 728 1700 728 1700 Jetzt gibt es erstmal einen musikalischen Leckerbissen von unserer Neueröffnung im letzten Jahr Und dann habe ich gleich tolle Gesprächsgäste Herr Göbel wird bei mir sein Der natürlich Filialleiter und auch ein Kanon-Experte Und natürlich viel, viel Musik Viel Spaß bei Ellermanns Hitparade Heute aus Stellingen Genauer gesagt von Medimax hier in Hamburg-Stellingen Ich gehe mal rein, viel Spaß, wir machen Musik Im Tretboot, im Seenot Treiben wir ins Abendrot Kein SOS, kein Echolot Ein Tretboot, was zu sinken droht Im Tretboot, im Seenot Sagtest du nicht, Motorboot Zögernd gibt er zu verstehen Schatz, es ist kein Land zu sehen Hey, hey! So kann's gehen! Uh, yeah, yeah Uh, yeah Uh, yeah, yeah Außer ihm gibt's noch mehr und mehr ist nicht zu sehen Mit dem Fernglatz am Alt spielt er den Kapitän Oh, oh, oh Ich werd' mein Heimweh nicht los Ich will ne Haar auf Wenn nur noch eine Stunde mit ihm Dann raste ich aus Alle jetzt! Im Tretboot, im Seenot Treiben wir ins Abendrot Kein SOS, kein Echolot Ein Tretboot, was zu sinken droht Im Tretboot, im Seenot Sagtest du nicht, Motorboot Zögernd gibt er zu verstehen Schatz, es ist kein Land zu sehen Hey, hey! SOS Will nach Haub SOS Will hier raus SOS Will nicht untergehen Im Tretboot, im Seenot Treiben wir ins Abendrot Kein SOS, kein Echolot Ein Tretboot, was zu sinken droht Im Tretboot, im Seenot Sagtest du nicht, Motorboot Zögernd gibt er zu verstehen Schatz, es ist kein Land zu sehen Hey, hey! Alright! Uh, uh, yeah, yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah, yeah In Tretboot, im Seenot Dankeschön Supermusik vom letzten Sommer Da ging es ja hier richtig bei der Neueröffnung rund Und Sie können natürlich auch dabei sein Bei unserem Superfest der Uldi-Stars am 12. Januar Also nächsten Samstag ist es schon soweit Da haben wir die Gumbi Dance Band dabei Da haben wir Uldi Martin dabei Da haben wir Fräulein Menkel dabei Und viele Stars mehr Und Sie können anrufen immer noch bei uns Unter 728 17 00 Es gibt ungefähr noch 50 Karten Und die können Sie sich zu 20 Euro Statt 42 Euro sichern 728 17 00 Fast ausverkauft Ein paar Karten haben wir noch Rufen Sie an Ich bin ein bisschen mit dem Fotoapparat unterwegs Und den können Sie natürlich auch mitbringen Zu unserer Veranstaltung Und da gibt es einen Spezialisten von der Firma Canon Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Streeter Ja, schönen guten Morgen, Herr Ellermann Herzlichen Dank für die Einladung Und willkommen an der Canon Cocktails Bar Wir haben hier ein super Highlight von Canon Eine kleine, handlich, elegante Kamera Die X-SOS 75 Die wir Ihnen hier heute präsentieren möchten Und die der Medimax in Hamburg-Stelling Für Sie exklusiv anbietet Zu einem super Preis Aber ich komme nochmal drauf zurück 3,0 Zoll Display Dann haben wir eine Brennweite von 35 bis 105 Millimeter Die hat unwahrscheinliche Vorteile Warum soll der Verbraucher sich diese Kamera anschauen? Also die Kamera soll sich deswegen anschauen Weil sie klein, handlich, elegant ist Und weil sie eigentlich keine Fotowünsche offen lässt Hier für den Norden sind Sie sozusagen zuständig Für wie viele Märkte? Also es sind jetzt hier in meinem Gebietsbereich Gut ein Dutzend Märkte Also zwölf Märkte, Medimax-Märkte Dafür bin ich zuständig, unter anderem Und für die kommende Woche haben Sie sich was ganz Tolles vorbereitet Denn hier im Medimax direkt in Stelling gibt es ein ganz Tolles Angebot Wir schauen mal kurz, was Herr Sträter vorbereitet hat Wir bieten Ihnen diese Kamera, die X-OS 75, das Collection-Kit an Und zwar Komplett-Kamera Mit einer Lederbereitschaftstasche Ich darf mal eben ganz kurz hier zur Seite greifen Und einem Akku Ledertasche, elegant Und einem Akku Zu einem Preis von 279,95 Sie sehen es hier vorne Ich bin begeistert Sie sehen es hier Schauen Sie mal Jetzt wollen wir noch mal ein kleines Special machen Jetzt ziehen wir noch mal runter Meine Damen und Herren Achtung 259,95 Was sagen Sie dazu? Ich bin wieder begeistert Kann man das noch steigern? Wollen wir noch oben einen draufsetzen? Dann ziehen wir noch mal einen weiter runter 239,95 im Medimax Mehr geht jetzt nicht, oder? Ich glaube, da könnte man noch eine Sache machen Auf die Plätze Fertig Los 199,95 Meine Damen und Herren Greifen Sie zu Ein toller Preis Eine tolle Kamera Für alle Ansprüche Sie können schön fotografieren Sie können Drucker anschließen Und Mensch, kaufen Ist gekauft Mit Tasche Also besser geht es gar nicht Ich nehme Sie ab Ich nehme Sie ab Sie sind Profi Die Preise gebe ich Ihnen wieder Der hält der 199,95 Also wer da nicht kauft Hat selber Schuld Sie sprechen schneller Erstmal im Mikrofon Also diese Kamera Können Sie jetzt für 199,95 In der kommenden Woche Hier bei Medimax In Stellingen bekommen Die gebe ich Ihnen einmal zurück Wir sprechen gleich Nochmal über ein Produkt Erstmal Musik Wir sind hier völlig am Lachen Gleich wieder geht es weiter Bei uns in dieser Abteilung Mit dem Kanon Spezialisten Herr Sträter Musik 234 Und beim Superfest Können Sie dabei sein 728 7200 Jetzt anrufen Sonnab Ist es soweit Wir kommen nochmal wieder So günstig Ich rauche nicht Ich trinke nicht Na höchstens an Geburtstag Da schlag ich zu Ganz fürchterlich Obwohl ich ja kein Durst hab Schön Silvester mal Das Sekt Ne Kiste Wein zu Neuer Auch Whisky der mir ja nicht schmeckt Zur Not weil nichts mehr da war Trotzdem reiht mein Geld nicht aus Es wunsch schon nach drei Tage Mit Arm wie so ne Kirchenhof Drum stell ich mal die Frage Wo ist mein Geld bloß geblieben? Und? Wo 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 denn die Taisin wo 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 nur hört es sich erfrieren durch die Nacht und wird von Fremden kurz und klein gemacht Ich geh nicht aus Sitz nur zu Haus Mach höchstens mal n Bummel So durch die Läden rein und raus Kauf ey ja n Dutzend Fummel Na schön auch mal n Plastenherz Der speichelt ungeheuer Ich hab für Tiere eben Herz Und ist auch jahrlich teuer Trotzdem reicht sein Geld nicht aus Es wunsch schon nach drei Tage Und im Arm wie so ne Kirchenmaus Und komm stell ich mal die Frage Wo ist mein Geld bloß geblieben? Denn ihr reingeht mal Wo 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 ben die Tazin Wo 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 du hör schieß? Nur hört es sich erfrieren durch die Nacht und wird von Fremden kurz und klein gemacht Ich kann mal nischt, ich leist mal nischt, sich höchstens mal ne Molle und bin ich dann nicht mehr ganz frisch, fährt die Trabi meine Olle. Der Magen ist nur leider Schrott seit unserer letzten Reise, die Werkstatt macht gerade flott für janskulante Preise. Trotzdem reicht sein Geld nicht aus, ist fut schon nach drei Tagen, bin arm wie so ne Kirchenmau, drum stelle Karl die Frage. Wo ist mein Geld bloß geblieben? Wo, wo, wo? Wo werden die Tage jetzt fliehen? Wo, wo, wo? Nun wird es sich erfrieren durch die Nacht und wird von Fremden kurz und klein gemacht. Ich frag mal, wo ist mein Geld bloß geblieben? Wo, wo, wo? Wo werden die Tage jetzt fliehen? Wo, wo, wo? Es war ja eine Riesenstimmung hier bei Medimax bei der Neueröffnung und unsere Stars haben natürlich auf der Bühne richtig abgeräumt. Und in ein paar Tagen sind sie im Studio 1 in Hamburg-Thondorf auch dabei beim Superfest der Oldie-Stars. Sie können noch Karten ordern zu 20 Euro statt 42 unter 7, 28, 17, 00, noch einmal 7, 28, 17, 00. Ich habe den Spezialisten von Canon, ja was sage ich eigentlich, natürlich den Bereichsleiter hier für den Norden, Herr Sträter immer noch bei mir. Wir haben Ihre Cocktailbar hier, wo es keine Cocktails gibt, aber tolle Kameras und ich muss eines loswerden. Warum sollte man sich eine Canon zulegen? Weil wir innovative Produkte auf den Markt gebracht haben, die völlig im Trend der Zeit liegen, weil wir dominant sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem Objektiv. Die ganze Qualität handlich, also völlig dem Trend der heutigen Zeit angepasst sind unsere Produkte. Ob sie jetzt auf dem digitalen Sektor, Spiegelreflex, Sucherkameras oder auch Camcorder, vielfach, was Sie wenigstens wissen, was Sie im Fernsehen sehen, Camcorder-Aufnahmen, Objektive sind von Canon. Was Sie bei Sportereignissen sehen, sind vielfach Canon-Objektive verwendet. Und die bewegten Bilder, das wird eigentlich viel zu wenig in Erinnerung gebracht, dass man ja bewegte Bilder, Erinnerungen dann auch wieder hervorrufen kann. Und wenn man seine Enkelkinder, Kinder filmt, wie auch immer dem sei, sie haben bewegte Bilder, genau was wir jetzt im Fernsehen haben, da kann man schon was draus machen. In allen Filialen hier, der Medimax-Filialen, insbesondere natürlich hier in Stellingen, wo es nächste Woche das tolle Angebot, was wir eben vorgestellt haben, gibt, da werden Canon-Kameras verkauft. Wie lange sind Sie eigentlich dabei? Also ich bin jetzt 24 Jahre bei der Firma Canon im Außendienst. Das ist eine ganz schöne Zeit und da haben Sie natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus? Die könnte ich mir vorstellen, die ist doch bei so einem souveränen Unternehmen auch wirklich gewährleistet. Also wenn man da in ein Geschäft geht, sage ich mal, in einen Supermarkt, gibt es ja auch schon Kameras zu kaufen. Das ist doch die Qualität, beziehungsweise die Garantieleistung, die ist auch bei Canon wirklich gegeben. Die ist gegeben, auf jeden Fall. Wir haben also eine Service-Werkstatt hier in Hamburg, wenn irgendwie mal der Fall der Fälle auftritt. Aber das ist ja bei unseren Kameras so, dass eigentlich wenig Servicefälle sind. Das ist ja, dafür zeichnen sich ja unsere Produkte aus, dass sie eben langlebig sind und wenig Reparaturanfall. Es kann natürlich immer mal irgendetwas sein, aber eigentlich gering. Herr Sträter, Sie müssen mir verraten, die Fachberatung, die wird bei Canon großgeschrieben. Warum? Wir legen da sehr großen Wert drauf für Schulen, speziell auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause der Firma Medimax, sodass sie verkaufen, die eigene Begeisterung auch für ein Produkt auf den Kunden übertragen können. Und das ist also ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man sich heute etwas kauft bei der Vielzahl von Angeboten. Man steht davor, man weiß nicht, wo soll ich es, beziehungsweise was kann ich kaufen, was ist für mich maßgeschneidert. Und da sind die einfach perfekt hier im Medimax. Also das Kompliment möchte ich da gerne mal aussprechen. Jetzt kommen wir noch mal zum Top-Angebot. Nächste Woche zählt das Ganze. Kamera haben wir gesehen, sehen wir auch noch mal eingeblendet gerade. Was kostet die statt was? Wie viel nächste Woche? Ja, 199,95. Also ich kann nur dazu raten, also das ist wirklich ein Bonbon. Also gehen zu sagen pflegt. Genau, ein Bonche. Also ein Bonche können Sie sich abholen hier bei Medimax. Allerdings nur in Stellingen, müssen wir dazu sagen, überall kostet es sonst mehr. Selbst nicht weitersagen, auch besonders bei den anderen Kollegen. Es gibt ja andere Fachmärkte, da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Da kostet es wahrscheinlich 300 oder 400. Hier nur 199. Vorbeischauen, nur in dieser Woche, das heißt vom Montags bis Samstag. Ich danke Ihnen recht herzlich für ein schönes Interview. Ja, danke schön, alles Gute und haben Sie Freude mit unseren Produkten. Das ist toll, Herr Schreder, vielen Dank. Jetzt haben wir wieder noch etwas Musikalisches für Sie. Genauer gesagt Uli Martin, der demnächst in der Schadshow bei Oliver Geissen zu sehen sein wird. Aber auch bei uns natürlich am 12. ist er dabei. Am 12. Januar wird er dabei sein bei unserem Uli-Festival kommenden Sonnerband. Karten schnell noch ordern unter 7,28, 17,00, statt 42 Euro nur 20, 50 haben wir ungefähr noch. Rufen Sie unbedingt heute an, weil dann sind wir ausverkauft. Uli kommt jetzt musikalisch. Herr Sträter, vielen Dank. Danke auch. Die Nacht und die Glut unserer Liebe Dein zärtliches Lachen im Wind Ein Tanz auf dem Strand der Lagune Zwei Menschen, die sehr glücklich sind Insel der Liebe aus Fernwege wohnen Augen wie Perlen der Wein Berauscht von der Freiheit genieße ich das Glück hier zu sein Blue, 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 Lady, Hawaii, Südsee Träumerei Und ein Hauch von Musik klingt allein für uns zwei Blue, Blue, Lady, Hawaii und das Glück in dir Groß und schön wie noch nie, wer gern immer bei dir Verrönt von der Sonne des Südens Verführt von der Liebe auf Zeit So lässt sich das Leben noch leben Auf Spuren der Zärtlichkeit Die Tage, die Nächte gehen so schnell vorbei Du bist so jung und so schön Die Liebe wird zaubern Ich werd dich schon bald wiedersehen Blue, 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 Lady, Hawaii, Südsee Träumerei Und ein Hauch von Musik klingt allein für uns zwei Blue, Blue, Lady, Hawaii, Südsee Träumerei Und ein Hauch von Musik klingt allein für uns zwei Blue, Blue, Lady, Hawaii, Südsee Träumerei Blue, Blue, Lady, Hawaii, Südsee Träumerei Und wunderschön war die Zeit Blue, Lady, Hawaii, Südsee Träumerei Und ein Hauch von Musik klingt allein für uns zwei Die Zeit Und ein Hauch von Musik klingt allein für uns zwei Und ein Hauch von Musik klingt allein für uns zwei Ich lieg' wach und denk' daran Wie viel Zeit hab' ich schon vertan Die Entscheidung ist schwer Wie soll das weitergehen Und ich frier und bin allein Dabei könnt' ich so glücklich sein Aber mein Herz Es forciert noch den Schmerz Denn es liebt, es liebt euch beide Ich träum' von dir Ich träum' von ihr Ich erwach' und keiner ist hier Genie und Judy, sag' mir Wie geht das weiter? Ich lach' und wein' und kämpf' allein Er umher und schließ' mich ein Genie und Judy, ihr zwei Wie geht das weiter? Ich flieg' ganz hoch Und fall' ganz tief Das Glück, das ich Zu Hilfe rief Genie und Judy, warum Lässt es mich warten? Ich weiß genau, ich muss mich heute entscheiden Für eine allein, nur für eine von beiden Ob ich das Richtige tue Wer sagt es mir? Unter der Haut die Gefühle befragen Später vielleicht, es war falsch zu sagen Aber was hab' ich davon? Dann ist es zu spät Dann ist es zu spät Ich hab' Angst vor mir allein Eine Nacht kann unendlich sein Jeder Traum weckt mich auf Einsamkeit liegt im Raum Und ich schall' das Radio ein Lese ein Buch und trinke Wein Alles umsonst Die Gedanken sind da Denn ich denk' nur an euch beide Ich träum' von dir Ich träum' von dir Ich erwach' und keiner ist hier Genie und Judy, sag' mir Wie geht das weiter? Ich lach' und wein' und kämpf' allein Irrum her und schließ' mich ein Genie und Judy, ihr zwei Was soll'n' nun werden? Ich flieg' ganz hoch Und fall' ganz tief Das Glück, das ich zu Hilfe rief Genie und Judy, warum Lässt es nicht warten? Ich weiß genau, ich muss mich heut' entscheiden Für eine allein Nur für eine von beiden Ob ich das Richtige tu' Wer sagt es mir? Unter der Haut die Gefühle befragen Später vielleicht, es war falsch zu sagen Aber was hab' ich davon? Dann ist es zu spät Dann ist es zu spät Dann ist es zu spät Ich weiß, dann ist es zu spät Jetzt hab' ich mich doch ein bisschen in die Fernseherabteilung aufgemacht Hier ist der riesen Fernseher Und der Mann aus dem Fernseher Zeigt einen super großen Fernseher So einen möchte ich auch mal zu Hause haben Aber Sie können nicht dieses nur alles hier im Fernsehen erleben Sie können auch am 12. dabei sein Bei unserem Superfest der Oldie Stars Es gibt noch wenige Karten Eben haben Sie musikalische Eindrücke erhalten Unter 7 28 17 00 Statt 42 Euro nur 20 Rufen Sie heute Abend noch an Es gibt noch ganze 50 Karten Da sehe ich doch den Filialleiter Herrn Göbel Herr Göbel, darf ich Sie mal bitten einmal hier zu zu kommen Ich hab mich mal Guten Tag Grüße Sie Hab mich mal hier aufgemacht zum großen Fernseher Was haben wir denn hier? Ja, das ist einer der größten Plasmas Die es überhaupt gibt Von der Firma Panasonic Das heißt also im Plasma-Bereich gibt's nicht mehr viele Anbieter Aber einer von denen ist Panasonic Das heißt, wenn jemand ein ganz großes, gutes Bild haben möchte Dann kann er in diese Richtung gehen Also auch für Leute, die vielleicht mal 10, 15 Meter weg sitzen Großes Haus haben wie Sie wahrscheinlich Dann passt das doch ganz gut Das sind so ungefähr 22 Quadratmeter Aber das reicht ja auch Jetzt sagen Sie doch mal unseren Fernsehzuschauern Warum sollen Sie so einen riesen Fernseher sich zulegen? Ja, es gibt viele gute Gründe Also erstmal ist ja der TV-Konsum in Deutschland steigend Das heißt also, wir haben immer mehr Anbieter, die sehr gutes, schönes Fernsehen zeigen Ob es jetzt Premiere ist, die schon digital anbieten oder 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 Und gerade bei Großbildfernsehern ist es so, wenn Sie ein Plasma-Gerät haben Die Fußball-Eurobameisterschaft steht vor der Tür im Juni Wo wir wieder sicherlich hoffentlich sehr erfolgreich sein werden Um solche Events mal großbildlich ansehen zu können, brauchen Sie einen guten Fernseher Und den finden Sie natürlich hier in Stellingen Ihr habt im Sommer, wir haben die Bilder gesehen Unsere musikalischen Gäste mit vielen tausend Menschen hier gefeiert Genauer gesagt, Ende Juni war es dann endlich soweit Alle stürmten hier in das Geschäft Wir haben die Bilder ja schon gezeigt Das war im Grunde der Auftakt Und das halbe Jahr, kann man sagen, ist glaube ich für euch hier in Stellingen sehr gut gelaufen Ja, war gigantisch Also die Eröffnung war absolut einmalig War wirklich die beste Eröffnung, die wir bei Medimax jemals hatten Und es hat sich dann quasi jeden Monat durchgezogen über die Saison Das heißt, wir haben sehr schöne Herbstangebote gehabt Sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschäft gehabt Und ich glaube, so langsam hat sich der Laden richtig gut etabliert Wir werden gleich nochmal nach unserer nächsten musikalischen Unterbrechung mit Ihnen kurz sprechen Wir werden dann verraten, was für Highlights noch im Januar hier bei Ihnen sozusagen zu erhaschen sind Und vorher machen wir ein bisschen was musikalisches Kleiner Vorgeschmack auf unser Superfest der Oldie Stars Nächste Woche, wenige Karten gibt es noch 7.28.17.00 Herr Göbel, Kaffee, kurze Pause und dann sind wir wieder drauf Alles klar, bis gleich Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Am 12. geht es ja musikalisch zu, also unbedingt schnell noch Karten sichern, 728 1700, Herrn Göbel habe ich hier, wir sind jetzt hier in der Deutschabteilung Filmmusik, Deutschrock, alles vertreten, ne? Jawohl, also ist eine der größten Abteilungen ganz Hamburgs, wir haben super Geschichten da, unter anderem, wenn Sie mal schauen möchten, Herr Ellermann. Ach nee, wo war ich denn unter Deutschrock? Ach nee, neben Echt, wie E, wie Ellermann. Können Sie auch bekommen? 5 Euro, gucken Sie mal, wie günstig ich bin. Also ich sag ja, die Leute kriegen noch was für jeden Preis hier. 5 Euro, ne? 5 Euro kann man viel erwarten, das ist schon so. Also auf zum Stellinger Markt und Ellermann kaufen, würde ich sagen. Sind 39 Titel drauf, minus 25, also 14, glaube ich, sind drauf. Schöne Geschichte. Ja, das ist gut, dass ihr mich auch hier vertreten habt, endlich mal werde ich auch ins Fachgeschäft gestellt. Normalerweise bin ich ja nur in jeder gut geführten Schlachterei zu kriegen, ne? Ja, uns gibt es alles. Nur die Besten im Medimax, ist so. Ist super. Was habt ihr noch so hier? Es gibt natürlich auch DVDs. Ja, also einer unserer Hauptgebiete ist DVD. Wir bieten im Prinzip von A bis Z alles an. Wir haben sehr viele Live-Auftritte, wir bieten Autogrammstunden. Das heißt also, im Stellinger Markt finden Sie jede Woche irgendwie eine besondere Attraktion. Ist ein Wahnsinn. Und wir sind vorhin schon mal drauf zu sprechen gekommen. Die Neueröffnung war eine runde Nummer. Die Zuschauer haben den Markt richtig toll angenommen. Man kann jetzt schon mal einen kleinen Ausblick machen. Ihr seid, was hier den Hamburger Norden betrifft, die Nummer 1, nicht? Wir sind die Nummer 1 in unserer Gruppe. Also haben uns sehr, sehr gut etabliert. Wir legen eben auch Wert auf viele Sachen, sag ich mal, die im Handel so ein bisschen verloren gegangen sind. Das heißt also, unser Service ist absolut spitze. Wir arbeiten teilweise mit einer eigenen Meisterwerkstatt zusammen. Wir haben Ausliefer-Service, Finanzierung-Service. Das heißt, wenn Sie zu uns kommen, kriegen Sie ein Rundum-Paket. Und preislich sind wir immer ganz weit vorne. Also unbedingt in der Stellingen vorbeischauen. Das ist direkt an der Autobahnzufahrt oder Abfahrt. Hier Stellingen, das ist welche Straße? Das ist die Kieler Straße. Und wie gesagt, Autobahn-Abfahrt-Stellingen. Wir haben unsere eigene Ausfahrt hier. Und Abfahrt, mehr kann man nicht erwarten. Also Sie kommen hier locker ran. Wenn Sie mal zum HSV fahren, ist auch schön dicht dabei. Apropos HSV, sind Sie Fußball-Fan? Ja, klar. Und für welchen Verein? Auf dem Fall Hamburg. Und ich bin jetzt mal für den HSV und für St. Pauli. Ich habe mal für St. Pauli gesungen. Das ist wieder ausgeglichen. Also liebe St. Pauli-Fans, ihr dürft hier auch einkaufen. Das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch noch eine CD St. Pauli-Ole. Die stellen wir demnächst rein. Die kommt rein. Zum besten Preis in Hamburg. Dann gehen die Zahlen hier von Medimax richtig nach oben. Es gibt noch einen Laden mit M. Da wollen wir nicht drauf eingehen. Ihr habt die Bersarik... Gibt es noch einen? Ich glaube ja. Ich habe mal sowas gelesen. Aber ganz nebensächlich. Ich muss nur sagen, ihr seid richtig gut aufgestellt. Da können viele von träumen. Es gibt noch andere Wettbewerber. Aber ich glaube, es spricht nichts dagegen, nach Stellingen zu kommen. Also Sie sollten diese Autobahnausfahrt, Abfahrt nutzen. Da fahren ja viele ab und viele zu. Und ich denke mal, das lohnt sich immer mal hier vorbeizuschauen. Was sind die Highlights für nächstes Jahr? Was wird der Trend sein? Ganz klar DVD sicherlich. Also der Markt verstärkt sich noch mehr in dem Bereich. Und unsere Highlights sind einfach, wie ich schon angesprochen habe, dass wir wirklich für Schwung sorgen werden. Wir werden mit Lotto King Karl verschiedene Sachen machen. Wir haben viele Live-Auftritte hier. Und ich glaube, ein Besuch in Stellingen lohnt sich immer. Also wunderbar. Wir bleiben hier in Stellingen. Da ist alles immer wunderschön und wundervoll. Und werden uns auch im nächsten Jahr des Öfteren sehen hier. Wir sind mit unserer Sendung Ellermann Spezial auch mehrfach noch hier. Das sei Ihnen schon mal versprochen. Alles klar. Vielen Dank und gute Geschäfte. Danke sehr. Wir machen jetzt etwas Musikalisches nochmal und zeigen Ihnen dann die Bilder von der Eröffnung nochmal. Ein bisschen mit Musik unterlegt. So viele Menschen sind reingestürmt. Der Chef hier von der Musikabteilung hat dann kostenlosen Sekt und belegte Brötchen ausgegeben. Auch die Bilder zeigen wir Ihnen. Viel Spaß. Danke, Herr Göbel. Danke. Vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020